Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, und zwar zum LS22 auf der wunderschönen Mapphof Bergmann. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. In der letzten Folge haben wir ein bisschen Stroh reingefahren. Es war doch mehr als ich dachte. Ihr seht ja auch oben rechts an der Zeit. Die sind, glaube ich, noch mal kurz so eine Viertelstunde, 20 Minuten vergangen. Wir haben noch mal eine volle Ladung mit reingepackt. Und das heißt, wir haben 90.000 Liter schon im Strohlager drin. Und jetzt kommen hier noch mal knapp 20.000 dazu. Das ist schon jede Menge. Habe ich nicht mit gerechnet. Das Feld zieht sich halt auf den langen Bahnen. Aber wir sind jetzt gleich fertig. Das heißt, wir können heute mit vielleicht ein paar Aufträgen beginnen. Das heißt, wir haben noch ein paar Lohnaufträge, damit wir ein bisschen Geld verdienen. Können wir das auf jeden Fall machen. Und wir fahren jetzt noch mal den Rest hier einmal rüber zu unserem Hof. Jetzt noch mal die reguläre Ausfahrt. Dann stellen wir den Berg mal wieder ab. Und schnappen uns, oder, nicht in den Kuba oder Flug. Ich schaue einfach mal. Und dann werden wir uns eine der Aufträge annehmen. Ja, ansonsten am nächsten Tag, wie gesagt, die schwachsende Sylphie aussehen. Erste Raps und so weiter können wir auch bald aussehen. Und Weizen, sorry, Weizen können wir auch sehen. Raps machen wir ja nicht mehr, hatten wir ja gesagt. Weil wir so ein bisschen auf die Maximierung gehen wollen. Wir wollen auch ein bisschen Mehl noch produzieren. Und, und, und. Also, da müssen wir dann auch noch mal schauen. So, da fahren wir mal rückwärts ran hier. Und laden das Restliche Stroh ab. Das heißt, es waren insgesamt, ja, 109.000 Liter, ne? Bin ich schon wieder weggefahren aus dem Träger? Wahrscheinlich. Ich gucke mal kurz. Ja, dieses Mal ist echt voll, ne? Oder? Oder? Ach, Leute. Was ist denn los hier? Schau mal. Sag mal. Ne, ist voll. 250.000 Liter. Gut. Das heißt, ähm, ja, das Stroh, das Stroh verkaufen wir dann jemanden mal. Ich lasse es jetzt erstmal hier drin. Ich packe erstmal den, den Ladewagen mit der Ecke. Und das werden wir dann ein bisschen verkaufen. Beim Viehhändler, glaube ich, können wir es lose verkaufen. So. Zack. Und dann schnappen wir uns einfach mal unseren Flug. Oder unseren gepimpten Flug. Der müsste doch hier vorne irgendwo stehen. Ich gucke mal gerade. Wo habe ich den denn hingestellt? Ach, du. Auf der anderen Seite. Und da machen wir heute einen ohne Auftrag, ne? Mal wieder. Wir haben schon lange, glaube ich, gar keinen mehr gemacht. Ich weiß gar nicht, was ich den letzten hier gemacht habe. Weil wir eigentlich immer so viel zu tun haben hier auf der Map. Schnell nochmal drüber hier. Pferde müssen wir uns auch nochmal drum kümmern. So, wo ist er denn? Wo habe ich den denn hingestellt? Äh? Wo habe ich denn meinen Flug hingestellt? Wieder gut weggepackt, ne? Ich glaube, das kennt ihr, ne? Man kann sich die Fahrzeuge auch anzeigen lassen. Über das Menü. Wurde mir letztens im Stream gesagt. Das wusste ich gar nicht. Und zwar kann man hier drauf gehen. Und er kann dann hier hinklicken. Und dann auf der Karte Anzeigen auswählen. Und ja, guck mal, da vorne ist der Kegel. Und da ist das Gerät, ne? Das holen wir jetzt mal fix ab. Ach, da in die Ecke haben wir ihn gestellt. Ach so. Ah, guck mal, da ist er. Seht ihr, da könnt ihr das Hotspot, ne? Wusste ich auch nicht. Das soll ja schon seit dem 17er gehen. Ich wusste es nicht. Echt nicht. So, wenn wir da drin sind, dann verschillert der Träger, ne? Und so findet man einfach, äh, die Geräte. Hand aufs Herz, Leute. Schreibt mal in den Kommentaren rein, ob ihr das wusstet. Mit der Markierung jetzt hier. Jetzt werden natürlich wieder alle schreiben. Ja, ja klar. Ja, ja. Das steht schon so lange, der ist. Du weißt das nicht. Wie immer. Ist ja meistens so, ne? So, Fels 22. Wo ist denn das? Was ist da oben? Guck mal. Dann, ähm, fahren wir mal am Hof raus. Und das ist oben bei der Wollgeschichte, bei einem Weinreben. So, da fahren wir jetzt mal hin. Und dann machen wir heute hier Lohnearbeiten. Wir haben noch ein Feldzug rüber. Das müssen wir auch noch machen. Hier müssen wir noch die Brücke irgendwann bauen. Das dauert halt noch ein bisschen, weil wir da noch Holz brauchen. Oder wir kaufen uns die Elemente. Schreibt's mal rein, ob wir uns die Elemente kaufen sollen. Kostet halt ein bisschen Geld. Oder ob wir die selber produzieren sollen. Ich bin in der Regel immer für selber produzieren. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wie wir das jetzt auf kurzer Basis erstmal machen. Weil wir haben erstens, äh, kein Fichtenmoped. Das wäre jetzt kein Thema. Können wir uns kaufen. Wir haben nicht die passenden Bäume. Und wir verfügen nicht über ausreichend Kapital für ein, äh, Gebiet, was wir uns kaufen können. Also da bin ich eher ein bisschen, weiß ich nicht. Mal gucken. Wir schauen mal. So, da sind wir angekommen. Wir nutzen auch mal hier die offizielle Zufahrt. Wir klappen den ganzen Spaß schon mal aus. Und, äh, diesen ungebauten Flug hier. So einer Tiefenlockrad, der als Flug zählt. Ähm, die findet ihr übrigens im Mod-Tatenflug. Oder in der Mod-Liste. So, Abfahrt. Komm, runter. Und der Flugteil. Arbeitsbreite 9 Meter. Ist eine gute Arbeitsbreite, würde ich jetzt sagen. Und, äh, fahren wir erstmal so ein schickes Vorgewende. Hier im, äh, Twitch-LP haben wir halt auch schon hier das große Weingehen, ne? Alles so ein bisschen erspielt. Alles so ein bisschen, ja, nach und nach dazugenommen. Also eine mehr, das andere weniger. Und das macht auf jeden Fall auch sehr viel Spaß. Ist aber auch ein Heidenaufwand mit den Weinrevy. Mal kurz gucken. Was ist denn der breiteste? Ja, wir müssen später gucken. Gucken wir mal. Das heißt, hier haben wir so schön die Weinreben. Und ich hab grad geguckt, was die breiteste Seite hier vom Feld ist. Aber ich glaube, ich werde dann zwischendrin mal einsetzen. Da sehen wir auch das neue Sägewerk. Was mit der Produktion verbaut wurde. Der Auftrag bringt hier gute 10.000 Euro, ne? Ist echt nicht schlecht. Oh, er hat ein kleines Stück nicht gemacht. Okay. So, 10% haben wir schon fertig. Ich glaube, 20% werden wir einmal rum sind. Das ist, glaube ich, standardmäßig bei jedem Feld so. Alter, der Fan schon ordentlich zu kämpfen, ne? Und das Feld ist jetzt auch nicht wirklich klein, finde ich zumindest. Ein bisschen verwinkelt. Und das andere Feld mit den Pro-Bahn. Ich glaube, das überlege ich mir doch, ob wir das machen. Wären zwar auch 10.000 Euro, aber... Ich glaube, wir haben nur die kleine, kleine Kober oder die kleine Ecke. Ich glaube, der wird überhaupt wieder ewig und drei Tage brauchen. Weiß ich noch nicht. Und hier auch total verwinkelt das Feld, ne? Aber ich mag das, wenn die Felder nicht alle so viereckig quadratisch, äh, quasi sind. Ich finde das persönlich natürlich, ja. Klar, für Helfer, wenn ihr CP in vielen nutzt, AD und so weiter, ähm, sind viereckige Felder, wie zum Beispiel auf der Marsch oder so, auf jeden Fall schon mal sehr gut geeignet. Aber von optischem her, von der Landschaft her, finde ich es auf jeden Fall so schöner. Aber das ist auch wieder eine Geschmackssache, ne? Der eine mag es so, der eine so. Da Geschmäcker ja bekanntlich verschieden sind, ist das, glaube ich, äh, für jeden, äh, nochmal was Spezielles, ne? Gut, wir sind jetzt gleich einmal ganz rum. Das heißt, wir haben jetzt hier gleich, ja, wir haben schon ein bisschen mehr als 20% des Feldes fertig. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Das ist die breiteste Stelle. Wie geht das einfach? Jetzt mal von hier mit VCA einstellen. Ich gucke mal gerade, das werde ich noch ein bisschen korrigieren. Ich gucke mal hier diesen, diese Geschichten da vorne hier anvisieren. So, mal kurz reinstellen das Ganze. Ja, guck mal, das ist eigentlich ganz gut, würde ich sagen. So. Und dann fahren wir jetzt hier quasi rum. Machen erstmal die, ja, die rechte Seite, dann die linke Seite. Und so kann man sich das ein bisschen aufteilen, Flügenaufträge, gerade mit diesem Flug hier, oder eben halt auch, äh, diverse andere Aufträge lohnen sich. Ähm, definitiv. So, das ist der Flügenauftrag. Ich glaube, der grubber Auftrag, das ist auch ein Riesenfell, ne? Den brechen wir mal ab. Den machen wir nämlich nicht. So. Dann brechen wir den ab. Dann haben wir den jetzt hier noch, wenn auch Ernteaufträge, aber Ernteaufträge im LS22 lohnen sich gar nicht mehr. Ähm, das ist mein persönliches Empfinden. Und das finde ich jetzt auch eher, naja, nicht so dolle. Aber was willst du machen, ne? So, wir fahren jetzt hier rechts. Und dann machen wir erstmal die rechte Seite fertig. Dann die linke. Und am Ende des Tages muss man natürlich auch die Spritkosten hier mal mit einberechnen. Wir werden das nicht zu 100% machen, das Feld, weil das ist ein Auftrag. Man muss nur dementsprechend bis 100% die Anzeige anzeigen, die Felder bearbeiten. Und dann kann man die auch schon abschließen. 10.000 Euro, klar, man muss die Spritkosten noch mit reinrechnen, die Abnutzungskosten der Geräte. Ähm, nach Adam Riese, wenn man da alles mit reinbezieht, denke ich mal, bleiben so, naja, so 9.000, äh, Euro übrig. Wir haben uns jetzt keine Fahrzeuge gemietet, deswegen gibt es da auch keine, kein Abzug von irgendwelchen Dingen. Und, äh, ja, hier sind wir auf jeden Fall. Mit der Kombination schon mal ganz gut dabei. Das Wendemanöver hier, wir haben uns VCA gerade, da könnt ihr mit Alt, Links und A, zack, da macht der Wendemanöver zur linken Seite. Und zur rechten Seite wäre dann statt Alt, Links, A, D, ne. Die Spur wechseln könnt ihr auch mit Steuerung, äh, A und Steuerung, D. Da könnt ihr dann halt die Bahn wechseln, in der ihr gerade fahrt. Ich finde das ein cooles Feature. Äh, man kann natürlich hier auch viele Sachen im VCA noch mehr einstellen, ne. Das heißt, äh, man kann natürlich, äh, ja, einmal GPS nutzen, wenn man es will, wenn man es nutzen möchte. Oder man kann eben halt auch, uch, weiter geht's. Oder man kann eben halt auch, äh, hier Differenzial noch dazu schalten, ne. Motor Modifikation, Traktionskontrolle an, ne. Kannst du auch noch einstellen. Und, und, und. Kannst du auch hier der einzelnen Achse, glaube ich, sogar einstellen, äh, mit VCA. Aber ich lasse das meistens mal auf Standard. Warum auch immer, ich vergesse das halt immer. Dass man das da zuschalten kann, ne. Bin da auch schon ein bisschen älter, ne. Bitte nehmen Sie Rücksicht, äh, helfen Sie mir über die Straße, ne. So, hab ich jetzt eigentlich das GPS angebracht. Wollte ich doch gar nicht. Das ist doch hier. So, jetzt. Also es gibt da wirklich viele, viele Möglichkeiten, was man alles einstellen kann. Aber ich finde es soweit vollkommen okay. Und das passt halt auch für mich. Und, äh, es macht halt auch sehr, sehr viel Spaß mit den ganzen Möglichkeiten, Mods und so weiter. Ich glaube, der LS wäre auch nicht da, wo er heute wäre. Wenn es nicht die ganzen Modder gibt oder gäbe, die diese schönen Mods alle erstellen. Ich glaube, da würde irgendwas fehlen, Landwirtschaftssimulator. Denn die Modding-Szene, die halt sehr, sehr groß ist, wenn es, äh, überhaupt, Landwirtschaftssimulator, genau wie im ETS zum Beispiel, ne. Ähm, ohne diese ganzen Modder, die Leute, die ihre Freizeit da investieren. Wie, äh, 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 die ganzen, wie Bayern Agrar hier mit seinem Fahrzeug. und viele andere Leute, wäre das auf jeden Fall, ja, nicht der LS, wie wir ihn heute kennen würden. Definitiv nicht. Weil das Standardspiel natürlich schon viele Fahrzeuge bereithält, aber den Unterschied machen dann auch wirklich die Modder, die immer wieder neue Ideen haben, neue Maps machen, neue Tiere mit reinbringen, neue Fruchtarten und, und, und. Und, ne, also das ist wirklich sehr, 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 äh, krass. Und, äh, da sollte man auch einfach mal den Hut davon ziehen. Und nicht immer meckern, dass dies und das nicht funktioniert. Und, äh, einfach mal auch vielleicht, ja, anerkennen, dass grundsätzlich das Ganze hier alles mit den ganzen Mods, mit den Fahrzeugen, da steckt so viel private Zeit drin, ähm, nicht selbstverständlich ist. Ne, da sollte man sich immer noch mal, ähm, ja, in die Gedanken machen. Oder wie man das auch immer nennt. Ihr wisst, was ich meine. Schön. So, dann haben wir das hier gleich fällig, die eine Seite. Denken wir noch mal hier. Ich hab mir das übrigens aufs Lenkrad gelegt. Finde ich eher auch praktischer. Bei den Aufträgen geht's halt nicht wirklich darum, das schön und gut zu machen, sondern einfach effektiv den ganzen Spaß hier zu nutzen. Und dann jetzt hier die einzelnen, äh, ja, Felder abzuarbeiten, das Geld zu kassieren und dann weiter zu fahren. Darum geht's halt bei den Aufträgen. Und dann haben wir gut 52.000 Euro. Wir können mal kurz schauen, wie weit die Produktion ist hier mit der Getreidetrocknung. Wo haben wir die? Da ist sie. Guck mal, wir haben schon 2.000 Liter verarbeitet. 25.000 haben wir noch drin. Das dauert noch ein bisschen. Aber vielleicht am nächsten Tag können wir dann, ähm, ja, das getrocknete Getreide verkaufen. Da bekommen wir aktuell, was bekommen wir da für getrocknetes Getreide? Haben wir es hier schon drin, hm? Da. Ah, noch nicht so viel, ne? Höchstpreis. Das ist aktuell 1.387. Ja, gucken wir mal, ne? Wie viel dabei rumkommt. Ja, rüber, ja. Huch, ein bisschen zu spät gedreht. So, jetzt können wir eigentlich auch mal nur 11 fahren, weil... So fahren wir, glaube ich, ein bisschen besser. Guck mal, 70% haben wir schon. Das heißt, wir müssten gar nicht mehr so viel fahren. Die Traktion ist hier nicht 100%. Sieht zumindest so aus, ne, bei dem Fahrzeug. So, dann gleich die lange Bahn auf der anderen Seite. Ich weiß, da hinten ist auch noch was, aber das brauchen wir nicht wirklich für die Aufträge. Wenn es natürlich mein eigenes Feld wäre, dann würde man das ein bisschen ordentlicher machen. Und, äh, wenn man im Realen als Lohner unterwegs ist, dann sowieso, ne? Man möchte ja seine Kunden ja nicht vergraulen, ne? Und sagen, ja, guck mal hier, ich habe jetzt 100% erreicht, ne? Der rechnet jetzt mit mir ab. Und dann höre ich einfach auf. So gut mit der Arbeit. Das macht man ja nicht, ne? Das macht man ja nicht. Deswegen können wir jetzt hier den Spaß einfach so stehen lassen, wie er ist. Und das, äh, ja, Auftragsmenü ist auf jeden Fall sehr gutig. Weil hier drüben haben wir halt, ähm, jetzt die langen Bahnen. Und die machen halt den Unterschied aus. So kleine Fizzles wie hier und wie da, ähm, spielen da eher keine Rolle. Deswegen sind wir da eher pragmatisch unterwegs und einfach ein bisschen, äh, kapitalistisch, ne? Einfach nur das machen, was wir machen müssen. Oder, wie man ab und zu sagt, nicht weiter springen, als man muss. So, 80% haben wir. Ich denke, wir werden 3, 4 Bahnen noch rauf und runter fahren. Da können wir den Auftrag abschließen. Wir machen mit einem neuen Kaffee. Jetzt bin ich schon spät. Juti. Dann haben wir das, das, das. Dann werden wir aber auch den Tachau abschließen. Nach dieser Arbeit hier. Können uns dann, äh, ja, der durchwachsenden Silphi und so weiter widmen. Ich guck mal gerade. Die können wir nämlich auch dann aussehen. Ansonsten haben wir Raps noch. Und im September, Oktober erst. Ah, da ist Gerste. Das heißt, da haben wir auch noch ein bisschen Zeit. Bedeutet, wir können uns wieder intensiv um unsere Tiere kümmern. Vielleicht auch mal ein bisschen was zum Schlachter fahren. Weil ich glaube, dass wir von der Population her. Ich guck mal gerade bei unseren Tierstellen hier. Hier haben wir Wolle. Na, hier sind wir gut dabei. Schweine. Ach, guck mal hier. Soja haben wir. 17 Stück. Und Hühner. Haben wir auch recht viele, ne? Müssen wir uns auch noch mal angucken. So, 90%. Ich denke, wir fahren jetzt die Bahn noch komplett zu Ende. Und dann nochmal vielleicht halb rauf. Und dann können wir den Auftrag hier abschließen. Ich weiß gar nicht, wie lange ich im Stream hier für das Abernten der Weinreben hier gebraucht habe. Das haben wir ja im Twitch-LP. Das ist ein separater Spielstand. Das verwechselt der eine oder andere immer mit dem hier, mit dem wir jetzt hier unterwegs sind. Der von YouTube. Aber ich glaube, es waren so vier Stunden oder so. Also da bist du wirklich gut zugange. Das reicht nicht zu tun. So, da ist der Auftrag. 95%. Sehr gut. Und am Ende des Tages zählt das Geld jetzt hier bei dem Auftrag. Mit den Flugaufträgen kommen wir sehr, sehr gut zu Rande hier. Ah, müssen wir noch. Ich ziehe die Bahn mal durch. 99%. Schauen wir mal. Da müssen wir noch eine Bahn. Ich glaube, wir müssen noch eine. Ab und zu hängt der immer ein bisschen hinterher. Ach, verdammt. Müssen wir uns doch nochmal wenden. Ich dachte, wir könnten schon nach Hause fahren. Aber die war halt nicht so. Machen wir das mal manuell. Geht halt genauso gut. Wer natürlich das möchte, kann natürlich die Aufträge immer komplett machen. Ihr seht, guckt mal. Wir sind jetzt hier fertig. Mit unserem, ja. Flugauftrag. Den Auftrag können wir jetzt abschließen hier. Zack. So, dann verschwindet dann auch alles. Sieht dann auch alles geflügt aus. Ist ein Mechanismus, den man quasi nutzen kann. Den ich jetzt hier genutzt habe. Ja, wir haben 10.610 Euro verdient. Ich denke, das passt soweit. Ich wünsche euch allen noch einen angenehmen Tag. Wir hören und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann sage ich mal, ja. Bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao. Bye, bye. Euer Homa. Bye, bye. Untertitelung des ZDF, 2020